Hallo, ich bin David Fuchs, Geschäftsführer der Firma Fuchs Werbetechnik in Deutschland im Schwarzwald. Mit der ersten Flachbedruckmaschine von SwisscoPrint 2009 gelang es uns, von der klassischen Werbetechnik zum Digitaldruckdienstleister durchzuringen. Heute betreiben wir mehrere Flachbedruckmaschinen der Firma SwisscoPrint und sind froh, eine Ergänzung durch die Karibu zu haben für flexible Materialien. Mit der Karibu bedrucken wir Selbstklebefolien, Adhäsionsfolien, Stoffe, Mesh- und Bannermaterialien. Durch die Weißoption gelingt es uns, farbige Materialien und Multilayer perfekt zu bedrucken. Karibu gibt uns die Möglichkeit, auf eine Vielzahl von Materialien zu drucken. Der Medienwechsel und das Maschinenhandling sind genauso einfach wie bei den Plattendruckmaschinen. Wir setzen auch in Zukunft auf SwisscoPrint.